Hey, mega cool, dass du eingeschaltet hast. Du müsstest mich kennen, ich bin Philipp Bauman auf meinen Social Media Kanälen, das heißt hier auf YouTube, aber auch auf meiner Webseite, auf Facebook, auf Instagram und so weiter und so fort beschäftige ich mich nur mit dem Thema Zunehmen. Ja, nochmal cool, dass du eingeschaltet hast. Wir haben heute Samstag, den 12. Mai und du siehst, wir haben schon 18.07 Uhr jetzt genau. Das heißt, das Video soll gleich um 19.15 Uhr noch online kommen. Ich mache es ziemlich live heute. Ich bin leider bisher nicht dazu gekommen. Wenn du mich auf Instagram verfolgst oder in irgendwelchen Gruppen von mir bist, dann weißt du, dass ich momentan ziemlich viel lerne für meine Prüfungen. Aber nebenbei habe ich jetzt noch ein paar Kilogramm zugenommen und darüber möchte ich dir heute berichten. Ich möchte dir erzählen, was so passiert ist und dir ein paar sinnvolle Tipps und Tricks mit an die Hand geben und auf den Weg geben. Also wie du hinter mir vielleicht schon siehst, bin ich gestern, gestern war der 11.05. bei 83,2 Kilogramm gewesen. Das sind dann genau 4,2 Kilogramm mehr als vor genau vier Wochen. Du hörst, ich bin ein bisschen krank. Leider hat es mich irgendwie erwischt. Ich bin ein bisschen erkältet. Aber das ganze Rumgeheule bringt nichts. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Also ich habe jetzt in vier Wochen 4,2 Kilogramm zugenommen. Nicht wie beim letzten Mal 4,3 Kilogramm. Aber das ist ja ganz normal. Man kann nicht immer gleich viel zunehmen. Der Körper ist da mal ein bisschen verschieden und hier mal ein bisschen verschieden. Und wenn du nicht gleichmäßig zunimmst, nicht so akkurat zunimmst, wie ich es vielleicht getan habe an manchen Stellen. Man sieht aber, dass ich auch zwischendurch ein paar Einbrüche hatte und ein bisschen schneller hoch und auf einmal war mal ein Kilo weniger, ein Kilo mehr. Das ist ganz, ganz, ganz normal. Durch diese Erkältung, die ich jetzt habe, hatte ich natürlich einen Vorteil. Klar habe ich auch Nachteile, weil ich krank bin, aber ich hatte auch einen coolen Vorteil. Einen coolen Vorteil fürs Zunehmen. Und zwar konnte ich keinen Sport machen, bzw. ich hätte vielleicht Sport machen können, habe es aber nicht getan, damit ich schneller gesund werde. Weil ich nächste Woche noch zwei Prüfungen schreibe und für die Prüfung muss ich natürlich fit sein, klar. Das heißt aber, dass ich weniger Sport gemacht habe. Das heißt, ich habe weniger Kalorien verbrannt, also weniger Energie umgesetzt. Und deshalb habe ich auch weniger Kalorien gebraucht, um zuzunehmen. Im Schnitt war ich so ungefähr 1000 Kalorien drüber am Tag. Ungefähr 1000 Kalorien mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Du kannst das selber, du kannst nicht jeden Tag dasselbe essen. Wie dem auch sei, habe ich trotzdem es geschafft, jetzt 4,2 Kilogramm zuzunehmen. Bin super zufrieden. Ich hatte erst gedacht 5 Kilogramm, aber ich muss jetzt schon sagen, dass ich merke, dass ich so ein Stück weit Fett ansetze, was ich nicht haben möchte. Das Ziel war einfach nur stärker zu werden beim Sport. Dafür habe ich zugenommen. Du weißt, dass ich eigentlich nicht zu dünn bin. Ich war mal sehr dünn, ich war mal bei 76 Kilo, ne 67 Kilo, 65 Kilo sowas um den Dreh. Bin jetzt mittlerweile dann jetzt bei 83 Kilogramm angekommen. Bin super zufrieden. Ich nehme zwischendurch mal ein bisschen ab und dann wieder ein bisschen zu. Und das war jetzt halt wieder so eine Phase, wo ich ein bisschen zugenommen habe, weil ich wieder stärker werden wollte. Weil ich mich wieder voller fühlen wollte. Und weil ich natürlich ein bisschen mehr Gewicht bewegen wollte, zum Beispiel beim Training. Ja, worüber wollte ich heute mit euch sprechen? Und zwar gab es ein paar coole Vorfälle in unseren WhatsApp-Gruppen oder in der einen speziellen WhatsApp-Gruppe. Und zwar gibt es eine WhatsApp-Gruppe mit den Personen, die an Ostern sich dazu entschlossen haben zuzunehmen. Da habe ich eine super coole Aktion rausgehauen. Habe ich im letzten Video aber auch schon erwähnt. Und zwar habe ich den Kurs da sehr rabattiert verkauft quasi. Und es hat mich super gefreut. Und es freut mich jeden Tag aufs Neue super. Und total extrem, dass ich Leuten helfen kann mit dem, was ich mache. Mit meinen Tipps, mit meinen Kursen und so weiter und so fort. Und aus diesen Kursen resultieren kommen natürlich coole Fortschritte. Und ich habe mich dazu entschlossen, eine Motivationsseite zu basteln. Die ist noch nicht ganz fertig. Sie ist aber im Progress. Also die ist in der Mache. Sobald die fertig ist, werde ich euch auch darüber informieren. Und werde die ganz garantiert auf Facebook posten. In unserer Facebook-Gruppe auf jeden Fall. Ob ich sie auf meiner Facebook-Seite poste, weiß ich nicht. Und privat habe ich ja nicht so viel da. Also ich poste nicht so viel privat. Ich hoffe mit meiner Facebook-Seite und meiner Facebook-Gruppe die richtigen Leute anzusprechen. Wie dich jetzt da draußen. Das heißt, guck am besten nicht auf meiner privaten Facebook-Seite vorbei. Da poste ich nicht so viel, was dich irgendwie weiterbringen würde. Das Thema zunehmen ist nicht so einfach, wie es sich viele Leute vorstellen. Es gibt Leute, die meinen, die können zunehmen, wenn sie ein bisschen mehr essen. Aber dann kommt eine Frage immer wieder auf. Es gibt so oft die Frage oder so oft kriege ich diese Nachricht. Da steht dann so, hey Philipp, ich esse so viel und nehme trotzdem nicht zu. Und ich frage mich jetzt mal aufs Neue, woher weißt du, wenn das so viel isst? Ich weiß das nicht. Ich verstehe es einfach manchmal nicht. Das, was ich euch heute mit auf den Weg geben möchte, ist, geht hin und gebt einfach mal ein bisschen Vollgas. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Geht hin und gebt einfach mal zwei, drei Monate Vollgas. Ja und dazu gehört auch Kalorien tracken. Und dazu gehört auch einfach mal, mehr zu essen, als man vielleicht möchte. Und ja, da zählt zu, dass man sich vielleicht ein bisschen mit der Ernährung auseinandersetzt, sich vielleicht ein paar Rezepte raussucht und so weiter und so fort. Was ich heute noch Cooles mit euch teilen wollte, ist, ich habe es noch nicht fertig. Das ist mir gerade so gekommen, als ich diese Softbox aufgestellt habe. Eigentlich wollte ich das Video sehr spontan halten. Dann habe ich aber noch gedacht, komm, eine Softbox ist gut, ein bisschen Licht. Und beim Aufbauen ist mir was eingefallen oder habe ich mir gedacht, ich mache was Cooles. Und zwar gibt es viele Leute da draußen, die wissen nicht, wie zunehmend funktioniert. Beziehungsweise sie sagen, dass sie es nicht wissen. Und für dich da draußen habe ich eine coole Sache. Und zwar möchte ich jetzt für eine Woche oder so, ich schätze mal eine Woche machen wir das Ganze, meinen Kurs wieder rabattiert anbieten. Den Kurs, wo du dann lernst, wie man zunimmt, worauf es ankommt, das ist nämlich das Wichtigste. Du kannst einfach folgen. Du arbeitest die Sachen durch und du machst ganz genau das, was ich dir sage. Und du hast dieselben Resultate wie ich. Wahrscheinlich ein wenig weniger, klar. Weil du es nicht gewohnt bist, zum Beispiel so viel zu essen. Oder weil du vielleicht mit dem Cycle nicht so richtig zurechtkommst. Auch nochmal ein cooler Punkt. Ich habe in der letzten Woche das Gefühl, ich komme nicht weiter vorwärts. Habe dann Kalorien gecycelt und schwuppdiwupp hat super funktioniert. Wir machen aber andere Cycle als das, was die Leute zum Abnehmen machen. Es geht also nicht, dass du einfach hingehst und irgendwie bei YouTube eingibst Cycle und damit wirst du nicht so gut zurechtkommen. Du solltest das so ein bisschen aufs Zunehmen abändern. Beziehungsweise einfach das machen, was ich dir beibringen möchte. Das, was ich dir heute sagen möchte, ist meine Hand. Ich strecke dir meine Hand aus quasi. Ich möchte dich durch das ganze Thema durchführen. Ob du meine Hilfe dann annimmst, das liegt ganz bei dir. Dazu auch nochmal eben die Marie aus unserer WhatsApp-Gruppe. Ich habe bis jetzt noch nicht mit ihr geschrieben. Ich hoffe, ich denke gleich noch dran. Ich wollte dir noch schreiben. Du hast ja geschrieben, du hast dir den Kurs gekauft. Das habe ich gesehen. Aber du hast noch nicht überwiesen. Das heißt, du hast noch keinen Zugang zum Kurs bekommen. Und das, was ich dir auf jeden Fall noch sagen möchte, ist, ich gebe euch meine Hand oder ich gebe vielmehr dir meine Hand und ich gebe dir die Chance, es mir nachzumachen. Ich gebe dir das Wissen an die Hand. Du bekommst Zugang zu einem Videokurs, zu einem großen Kurs, wo du ganz nebenbei auch noch mitbestimmen kannst, was noch rein soll. Dazu habe ich heute auch noch eine E-Mail rausgeschickt. Ich habe noch nicht geguckt, was zurückgekommen ist. Es gibt ein viertes Modul, da kommen nur Themen rein, die ihr euch wünscht oder vielmehr du dir wünschst. Das heißt, wenn dir irgendwas im Kurs fehlt, wenn dir irgendwas zu wenig beschrieben ist, also zum Beispiel das Thema Kalorien-Cycle für zunehmen, da habe ich letztens noch ein neues wieder zu gemacht. Wenn aber irgendwas dir fehlt, also das heißt, wenn du es nicht schaffst, mit den Inhalten zuzunehmen, dann schreib mir und ich erstelle neue Inhalte nur für dich. Das dauert dann meistens ein, zwei, drei Tage. Aber dann sind die Sachen online. Klar kann es jetzt momentan eine Woche dauern oder so, weil ich mitte in der Prüfungsvorbereitung bin, beziehungsweise mitte in der Prüfungsphase. Aber Mittwoch ist alles vorbei. Ab Mittwoch habe ich wieder richtig Zeit. Ab Mittwoch geht es wieder los mit dem Buch. Da habe ich schon viele Inhalte fertig, aber ich möchte natürlich noch ein paar anfügen, dass das Buch sich auch hinterher lohnt, dass ich allen Menschen irgendwie helfen kann. Das heißt, ab Mittwoch habe ich auch wieder Zeit für Sachen, wie den Kurs überarbeiten. Dass da neue Videos ankommen. Klar, an dem Design werde ich nicht großartig was ändern. Das Wichtigste ist natürlich, dass der Kurs funktioniert. Dass die Videos ankommen, dass du die Videos verstehst und dass du die Videos ansehen kannst. Das ist das Wichtigste. Hauptsache ich kann dir helfen. Man sollte nicht zu krass auf das Optische gucken, obwohl ich finde, dass das Optische echt cool ist. Das Optische ist super, alles funktioniert. Soweit ich weiß, wenn dir irgendwas auffällt, wahrscheinlich sehen das irgendwelche Leute, die schon im Kurs sind. Wenn dir irgendwas auffällt, was nicht funktioniert im Kurs, wenn irgendwelche Buttons nicht funktionieren, wenn irgendwelche Links nicht funktionieren, dann schreib mir einfach. Ich werde dann so schnell wie möglich hingehen und das irgendwie funktionierend machen, abändern und korrigieren. Jetzt also nochmal mein Angebot an dich. Ich möchte dir meine Hand hinhalten, dass du auch endlich zunehmen kannst. Das Einzige, was du machen musst, ist den Sachen im Kurs folgen. Klar ist es ein paar Euro Investitionen, aber es gibt Menschen wie mich, die haben sich da hingesetzt und haben diesen Kurs aufgenommen. Ich habe den verfilmt, ich habe den geschnitten. Man braucht die Programme zum Schneiden, man braucht die Programme zum Aufnehmen, man braucht eine Kamera, wie die, die gerade vor mir steht. Man braucht die Programme, um so einen Mitgliederbereich zu erstellen. Man braucht E-Mail-Programme, man braucht alles. Und das muss auch angesichts irgendwie bezahlt werden. Das heißt, es gibt viele Leute, die mir nachsagen, dass ich mir irgendwie das ganze Geld in die Tasche stecke und dadurch reich werde. Und das ist leider nicht so. Dann würde ich nicht so hier wohnen, sondern wahrscheinlich irgendwie auf den Malediven oder so. Ihr braucht euch keine Angst machen, dass das alles irgendwie Abzocke wäre, sondern ich möchte euch wirklich helfen. Und das, was ihr da ausgebt an Geld, das ist eine Investition in dich oder vielmehr in euch und in euch selber und nicht in mich. Das müsst ihr euch mal klar machen. Ich mag diese Kommentare nicht, dass mir jemand nachsagt, hey Philipp, du betrügst doch und es gibt wirklich Leute, die mir sowas schreiben und das finde ich immer schade. Manchmal weiß ich nicht, ob diese Menschen nur so ganz kurz denken und nicht so weit denken oder ob sie das irgendwie ernst meinen. Ich weiß es nicht. Das, was ich aber sagen möchte, ist, dass es eine Investition in euch selbst ist. Und es ist verdammt günstig jetzt wieder. Der Kurs kostet nochmal 97 Euro, wenn man den ganz normal kauft. Das haben auch viele gemacht. Es tut mir leid, dass du das jetzt vielleicht schon gemacht hast. Jetzt hast du aber die Chance dazu, den um 42 Euro günstiger zu kaufen. Das heißt, ich möchte jetzt zu dem 4,2 Kilogramm zunehmen 42 Euro Rabatt geben. Zusätzlich bekommst du natürlich trotzdem, ich habe es hier hingestellt, das sind meine letzten beiden Kartons mit Instant Oats. Die neuen sind aber schon bestellt. Ich habe da oben noch ganz viele Kartons liegen. Es müssen nur noch die Instant Oats ankommen und dann können diese Instant Oats auch an dich dann wieder rausgehen. Also die zwei Kartons, schätze ich mal, dass die heute noch weggehen. Hoffe ich auch viel mehr, dass die heute noch weggehen, dass heute noch sich Leute dazu entschließen, in den Kurs zu kommen, das mit mir zusammen anzugehen. Wenn du dann aber nächste Woche dazu kommst, dann sind die wahrscheinlich schon weg. Da sind aber bald neue bei mir und du wirst im Kurs lernen oder sehen, dass du die ersten zwei Wochen brauchst. Das heißt, wir haben eine zwei Wochen Vorbereitungsphase, zwei Wochen, wo wir uns darauf vorbereiten, mit dem Zunehmen, wo wir deinen eigenen Körper analysieren. Das ist auch der große Unterschied zu vielen anderen Programmen, die man so irgendwie bekommen kann. Ich habe ein Buch da hinten liegen, um vielleicht was Neues zu lernen. Da geht man nicht ganz genau oder geht man nicht genau genug auf den eigenen Körper ein. Und mit dieser zwei Wochen Zunehmenphase gehen wir dem Ganzen aus dem Weg. Da gleiche ich mir alles auf deinen Körper an. Wenn du dann noch das Glück hast, dass du ein bisschen krank bist, so wie ich, dass du nicht zum Sport gehst, dann brauchst du weniger Kalorien und da nimmst du schneller zu. Nee, Quatsch. Spaß beiseite. Das, was ich dir heute anbieten möchte, hast du gerade mitbekommen. Den ganzen Kurs, so wie eigentlich 97 Euro, heute 42 Euro günstiger beziehungsweise jetzt eine Woche, sage ich erst mal. Mal gucken, wie es so anschlägt. Mal gucken, wie viele Leute cool neu dazukommen. Was ich dazu noch sagen möchte, ist, ich gebe jedem eine Zunehmengarantie. Das heißt, wenn du nicht zunimmst, obwohl du alles umsetzt irgendwie, dann bekommst du jeden Cent von mir zurückerstattet. Das heißt, ich möchte keinen da draußen betrügen. Ich mag diese Kommentare nicht, dass mir Leute schreiben, ey, du bist ein Betrüger. Ich denke mir so, Leute, ich habe einen Kurs erstellt. Ich investiere da Zeit und meine Webseite und alles. Ich gebe so viele Tipps kostenlos auf YouTube raus. Meine Tipps könnt ihr euch runterladen. Klar, zeige ich euch dann den Kurs. Das gehört doch irgendwie dazu, oder? Alles ist irgendwie Marketing und alles ist irgendwie so ein Stück weit Werbung. Aber wenn ihr das umsetzt, auch durch die Tippskammern ein Stück weit zunehmen, klar. Wenn du aber auf der Suche bist nach dem kompletten Kurs, dann solltest du das jetzt machen oder jetzt in den nächsten sieben Tagen nicht dazu entschließen. Und wenn dir was fehlt, wirklich, auch wenn du das jetzt siehst und den Kurs schon gekauft hast oder schon im Kurs drin bist, wenn dir was fehlt, dann schreib mir. Ich möchte auf jeden Fall jedem da draußen helfen können. Das ist mein Ziel. Das ist meine Leidenschaft. Momentan ist dieser Kurs und meine Social Media, dass ich euch helfen kann, irgendwie, das macht mir alles richtig viel Spaß und ich möchte keinen betrügen. Wirklich nicht. Und ich mag auch diese komischen Nachrichten nicht. Lasst es sein. Wenn ihr mir schreiben wollt, dass ich euch betrügen will, dann lasst es einfach sein. Schreibt mir nicht. Dann irgendwie den Kanal deabonnieren auf YouTube und von der Webseite weg und die Tipps löschen und dann ist alles gut. Aber schreibt mir nicht, dass ich irgendwie mit Leuten betrügen möchte. Ich mache mir daran nicht die Taschen voll. Es geht einfach gar nicht, weil es so viel Arbeit ist und so viel Geld ausgegeben werden muss. Ja, ich bin ein bisschen vom Thema abgeschweift. Also du kannst den Kurs jetzt in den nächsten sieben Tagen, sage ich erst mal, ja sieben Tage, 42 Euro günstiger erwerben. Du kannst für 42 Euro weniger als andere Leute in den Kurs kommen und kannst genauso zunehmen. Du bekommst also meine komplette Anleitung, mit der ich jetzt 4,2 Kilogramm zugenommen habe, mit der ich letztes Jahr auch schon mal 4,3 Kilogramm zugenommen habe tatsächlich. Aber das war glaube ich ein bisschen mehr, glaube ich eine halbe Woche länger noch oder so. Zusätzlich bekommst du natürlich meine Shake-Rezept-Sammlung, die ich dann noch veröffentlicht habe. Du bekommst so einen Sack Instant-Dotes von mir zugeschickt. Du bekommst die ganze Anleitung klar und du bekommst ein individuelles Modul, wo du deine Fragen mir stellen kannst und ich werde jedes Mal, wenn du eine spezifische Frage hast, die nicht beantwortet ist, die du nicht im Internet beantwortet findest und so weiter und so fort. Da werde ich ein Video zu machen und von mir so einen Text zu schreiben und dann wird es auch da reinkommen. Garantiert. Also ich möchte jedem da draußen helfen. Zusätzlich werde ich jetzt in der nächsten Woche, ab Mittwoch habe ich erzählt, habe ich ein bisschen mehr Zeit wieder, werden noch Trainingspläne folgen. Das heißt, du wirst noch mehr rundum sorglos bekommen, als du jetzt schon bekommst. Du wirst also ein paar Trainingspläne an die Hand gegeben bekommen, die dir weiterhelfen können. Denn viele Leute fragen mich, Herr Philipp, wie soll ich trainieren? Gar nicht so schwer, wirklich. Aber dazu kommen noch ein paar coole Trainingspläne. Und ich wollte ein paar Tage veröffentlichen von meinem Zunehmen. Denn ich habe natürlich alles dokumentiert mit MyFitnessPal, klar, auf dem Handy. Wollte ich einfach ein paar Screenshots von machen und die auch noch im Kurs veröffentlichen. Also du merkst, dass meine Stimme langsam ein bisschen weggeht und ich ein bisschen nasal rede, ich glaube, das nennt man so, weil ich tatsächlich ziemlich zu bin. Deswegen mache ich das Video jetzt nicht mehr zu lange. Ich glaube, wir haben jetzt schon fast zehn Minuten miteinander gesprochen oder ich vielmehr mit dir gesprochen. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Wenn du dich jetzt dazu entschließen möchtest, zum Kurs dazu zu kommen, ja, endlich zuzunehmen und Leute, es funktioniert nicht mit, hey, ich will zunehmen, was soll ich machen und das war's dann. Ihr müsst einfach ins Handeln kommen. Ihr müsst zugreifen, ihr müsst einfach mal was tun und wenn du einer bist, der was tun möchte, wenn du einer bist, der seine Chance jetzt wahrnehmen möchte, dann findest du unter des Videos einen Link, da kannst du draufklicken, wenn das noch nicht die richtige Webseite ist, dann ist der Code einfach 4242 und damit bekommst du dann 42 Euro Rabatt auf den Kurs. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video geholfen habe und wünsche dir einen schönen Rest. Samstag haben wir heute schon. Ja, ist richtig, wir haben heute schon Samstag. Wir haben jetzt 18.23 Uhr das Video jetzt direkt schneiden, damit es um 19.00 Uhr, 19.15 Uhr, 19.30 Uhr irgendwann online ist und ja, wie gesagt, wenn du Bock hast auf den Kurs, wenn du Bock hast, endlich zuzunehmen, wenn du dir alles sichern möchtest, wenn du risikolos das alles testen möchtest, gar kein Problem, du kannst es testen, wenn du nicht zunimmst, dann bekommst du jeden Cent von mir zurückerstattet. Das ist wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket. Wenn du Bock hast da drauf, dann hast du jetzt 7 Tage Zeit, dazu zu kommen, meine Expertise zu genießen, mein Coaching quasi zu genießen, dass du endlich zunimmst und wir sehen uns im Kurs wieder. Bis dann, ciao.